Da steckt sehr viel Mönchengladbach drin, weil Lüsschen war in Gladbach sehr erfolgreich, Marco Reus war sehr erfolgreich, Mo Dahut war sehr erfolgreich in Gladbach. Die Spieler sind dann alle zum BVB abgewandert, direkt oder indirekt, aber recht viel mehr kann man auch nicht vergleichen. Wir freuen uns, wenn wir uns sehen, weil wir doch sehr, sehr lange zusammengearbeitet haben und ich glaube, Lüsschen auch den Klub Borussia Mönchengladbach sehr schätzt in seiner Gesamtheit und auch die Personen sehr schätzt, mit denen er hier zusammengearbeitet hat, aber das hat jetzt keine große Bedeutung mehr.